Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen zurück zu Ultimate Admiral Dreadnoughts. Wir spielen die, jetzt hätte ich beinahe gesagt die Deutsche Demokratische Republik, wir spielen die Weimarer Republik, was in der Tat eine echte parlamentarische Demokratie war, die Deutsche Demokratische Politik, oh Gott, was sind hier los? Die Deutsche Demokratische Republik, die war es nur dem Namen nach. So, das wäre aber auch noch ganz schön, wenn dieses Spiel uns auch noch in den Kalten Krieg und in die deutsche Teilung sozusagen begleiten würde und ich weiß gar nicht, die Volksmarine, war das eine Marine, die auch mehr hatte außer Schnellboote und Minensucher und so? Also hatten die Fregatten oder Zerstörer oder vielleicht sogar auch einen Kreuzer? Also die Bundesmarine war ja nach dem Krieg eigentlich ganz gut aufgestellt, was ihre Schiffe angeht. Also Kreuzer war das die Köln-Klasse. Ich hatte mal einen Schiffsicherungslehrgang in Neustadt und da war die alte Köln. Das war auf jeden Fall ein Kreuzer gewesen. Ich glaube dann auch als Schulschiff benutzt. Ja, also von daher, ich weiß gar nicht, wie die Volksmarine so aufgestellt war. Vielleicht haben wir den einen oder anderen ehemaligen ja sogar hier auf dem Kanal. Das würde mich freuen. Falls das so ist, gehen die Grüße natürlich raus. Wir Seeleute sind uns ja verbunden. Ganz gleich, welcher Herkunft man ist und die Deutschen sowieso, würde ich sagen, oder? So, Spanien mag uns ganz gerne. Ach, ich finde es schön, hier schwarz-rot-gold zu sehen. Das gefällt mir irgendwie sehr gut. Ich weiß manchmal nicht, ob ich unsere Nationalflagge, natürlich wird es mir da immer warm ums Herz, wenn ich sie sehe. Aber ob ich die schön finden soll oder nicht, schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Weil diese Farbkombination ist schon ein bisschen merkwürdig. Ich finde den Ursprung, ich habe es ja schon mal gesagt, dass das angelehnt ist an die Lützower oder Lützowerischen Freikors, die eben schwarze Uniformröcke hatten, goldene Knöpfe und rote Kragen. Aber so als Flagge finde ich die Kombi ein bisschen komisch und vielleicht wäre es sogar schöner, das Gold in der Mitte zu haben. Also ähnlich wie die schwarz-weiß-rote Flagge, die ich übrigens am schönsten finde. Wer meinen Kanal kennt, der weiß, dass das auch meine Kanalfarben sind. Ich finde, das sind einfach die schönste Farbkombination, muss ich sagen. Jetzt ideologisch mal völlig abgekoppelt. Ich meine, das ist wirklich nur die Farbwahl. Das sieht einfach sensationell gut aus. Das passt einfach. So Fila zum Beispiel, die Marke Fila hat diese Farben. Ich weiß gar nicht, was noch. Ducati tatsächlich. Also natürlich vor allen Dingen rot bei Ducati, aber schwarz-weiß sind da auch ein ganz, ganz großes Thema. Also ich finde es einfach eine fantastische. Und blau-weiß-rot ist übrigens auch so eine schöne Kombo. Aber gut, ich drifte ein wenig ab. Entschuldigt bitte. Das muss aber manchmal einfach sein. Was vor allen Dingen sein muss, ist, dass wir uns mal hier diese Bedrohung hier annehmen. Wir ziehen mal um. Die können zwar keine U-Boote jagen, aber ich würde ganz gern, ach da kommen unsere Zerstörer, unsere... Wir könnten eigentlich auch mal drei U-Boote dahin schicken. Hier heißt es jetzt Schiffe bewegen. Okay. So. Okay. Wie bewege ich denn U-Boote? U-Boote bewegen. Ah ja, okay. Mein Fehler. Oh Mann, ey. Ach Gott. Da müssen wir irgendwie dann nochmal drüber reden, oder? Über das Interface. Wir schicken da mal U1, U10 und U11 hin. Einfach um ein bisschen Präsenz zu sein und wir werden auch mal Kräfte hier in die Ostsee verlegen. Zwei U-Boote verlegen wir mal hier. Wie heißt der? Was ist das für ein Hafen? U21 und U22. Kronstadt? Kronstadt. Was? Kronstadt. Kronstadt. Ist es so dumm, wie es aussieht? Oder hieß... Jetzt wollte ich gerade... Obwohl, das wäre ja schon Leningrad, weil wir hier die Serviett-Horheitszeichen haben. Sankt Petersburg hieß doch nicht irgendwann mal Kronstadt, oder? Mit S-H-T-A-D-T. Das ist doch irgendwie alles schlumpelig gemacht hier. Man kann es nicht anders sagen. Achso, das sind die Farmen jetzt von dem U-Boot. Und wir schicken mal die Köln und die Bremen. Ah ne, da muss ich jetzt wieder Schiffe bewegen machen. Ich überlege gerade, schicken wir die hier... Ja, wir schicken die hier in die Ostsee. Ich habe gerade überlegt, ob wir die hier zum Skagerag schicken, aber die Köln und die Bremen laufen mal aus. Und ich würde ganz gerne auch unsere... Unser Flaggschiff mal auf große Fahrt schicken, die Tannenberg. Das ist die Frage, ob wir da im Verband fahren. Wir gehen den Englern dann auch mal ein bisschen auf den Sack. Wir kreuzen hier mal Fascapa-Floh. Tannenberg und... Und, 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 und. Schicken wir einen leichten Kreuzer mit. Ja. Die Dessau. So. So, das soll mal ein bisschen Flagge zeigen, ja. Wir lassen uns doch jetzt hier nicht auf der Nase rumtanzen von den Engländern. Politik. Können wir gerade eh nichts machen. Finanzen, da sind wir fleißig am Bauen. Wissenschaft. Entfernungswasser, große Waffen, kleine Waffen. Jawollo. So lassen wir das mal. Und dann ab ins Jahr 2021, beziehungsweise wir sind ja schon, äh nicht 20, äh 1921. So, wir sind ja schon im Jahr 1921. Ich trinke mal einen Schluck Kaffee, während das Spiel hier sich überlegt, wie es uns nerven kann. Hm. Ah, das ist noch ein bisschen zu heiß. Ah, ich bin so kaffeesüchtig, ne. Weiß nicht, muss ich da mal zu einer Suchtberatung oder so. Ab wann wird Kaffee denn ein Problem? Ich glaube, bis fünf Tassen am Tag sind gesund für Herz-Kreislauf-System tatsächlich. Darüber wird es dann schwierig. Also nicht schwierig, aber da ist auf jeden Fall nicht mehr die positiven Aspekte der Kaffee, der gerösteten Kaffeebohne. Kommen da nicht mehr zum Tragen. Ja, Bau neuer Schiffe. Ähm, ich weiß nicht, muss ich jetzt anfangen, hier immer Schnitte zu machen? Das war doch vorher nicht so, oder Leute? Vor dem Patch war das doch nicht so. Ich habe jetzt auch beschlossen, ähm, ich glaube, die meisten von euch gucken mein Cities Skylines, äh, Cities Skylines LP nicht, aber ich habe beschlossen, das, das einzustellen. Das Spiel ist in so einem miserablen Zustand. Und jetzt bin ich am überlegen, was ich anstatt dessen machen soll. Ich glaube, es wird was Militärisches. Einfach, ähm, ja, weil ihr hier alle so fleißig auch guckt, ne, ähm, möchte ich das ganz gerne, äh, würdigen mit, ja, ich will ja eigentlich, äh, ein U-Boat Let's Play, ähm, rausbringen. Apropos, es kommt ein U-Boat Simulator auch von Microprose. Ich bin ja ein ganz, ganz großer Microprose-Fan und da ich ein bisschen älteres Semester bin, bin ich mit Microprose aufgewachsen. Und diese Firma hat als, als Kind mir meine ganzen Strategie und Militärträume immer wahr gemacht. Von daher liebe ich diese Firma sehr und bin sehr, sehr glücklich, dass die zurückkommt. Und es kommt natürlich, Task Force Admiral sei jetzt hier mal zu nennen und nicht Silent Service, Silent irgendwas. Also U-Boat Simulator im Pazifik. Sieht auch richtig geil aus, muss ich sagen. Also Grafik ist richtig cool. Ähm, ja, ich, äh, ich bin jetzt am Donnerstag erstmal weg. Also wenn ihr das seht, bin ich gerade nicht zu Hause. Ich produziere das hier gerade vor, damit ihr fürs Wochenende ein bisschen was zum Gucken habt. Und ich werde mal nach dem Wochenende, ähm, Microprose anschreiben und gucken, ob ich irgendwie eine Demo von Task Force Admiral kriege oder so. Weil irgendwie sind da, glaube ich, welche im Umlauf. Das sieht richtig, richtig geil aus, das Spiel. Also da werden wir hier auf dem Kanal völlig eskalieren, ja. Wenn Task Force Admiral rauskommt. Ich hoffe mal, das Spiel hält, was es verspricht irgendwie. Weil es sieht einfach, es sieht so geil aus, ne. Also die, die, der simulatorische Aspekt, kann man das so sagen, der sieht einfach, das sieht so nice aus. Und da ich ja Flugsimulatoren, die ich eigentlich auch gerne mal wieder bringen möchte hier auf dem Kanal. Aber ich bin da so ein bisschen raus, muss ich sagen. Äh, turbo elektrischer Antrieb. Äh, Dampfturbine. Ja, nice. Also das ist, äh, wirklich sehr gut. Ähm, und da ich, äh, so Flugsimulatoren auch gerne spiele, weiß ich, wie sich, äh, ne, wie, wie man so Luftkämpfe halt irgendwie fliegt. Ähm, und das, das sieht richtig gut aus. Also für ein Strategiespiel normal ist sowas dann ja immer so ein bisschen abstrakt gehalten, möchte ich mal sagen. Und die fliegen da richtig, richtig geile Manöver, ne. Also Fassrollen und so weiter setzen sich sauber hinter, hinter eine gegnerische Maschine und so. Also da habe ich ganz große Hoffnungen drauf. Okay, wissen wir hier schon? Ne, wissen wir noch nicht. Wann ist denn, die, die müssten, wann sind die fertig? Emden. Ne, wird gebaut. Zwei Monate. Weil, ne, die schicken wir dann direkt da hin. Ich würde auch mal U-Boote vor die britische Küste schicken. U-Boote bewegen. Wir schicken mal U-12 hier hin. U-Boote bewegen. Da vor Plymouth auch nochmal. Was haben wir denn? Nehmen wir U-7. Und, ähm, hier Sunderland können wir eigentlich auch nochmal ein U-Boote hinschicken. Reicht ja eins. U-6. So. Wenn die uns so auf die Nerven gehen, das können wir schon lange. Monatlichen Sal, oh krass, okay. Das ist natürlich bitter, ähm, das kostet natürlich jetzt richtig Kohle hier, ne? Unsere, unsere Manöver hier. Boah, krass. Tatsächlich sind Seetage auch extrem teuer. Das, das ist, das ist schon korrekt auch so, ne? Ja, ich weiß nicht, ob es gleich irgendwie, ja, aber jetzt die Forschung zurückzustellen, damit, hm, das müssen wir jetzt mal, müssen wir mal, äh, ähm, ja, wir holen, ja, das ist, das bringt ja nichts, ja. Aber das ist mir zu teuer. Umzug. Man soll das nur noch U-1 machen. Ja, das lassen wir mal so. Leichter Kreuzer, leichter Kreuzer, na, wir kommen halt auch hier gleich mit dem Dickschiff, ne? Was haben wir da? Ah, ein Schlachtschiff. Boah, da haben wir noch drei Züge, dann ist unser ganzer Marinafond aufgebraucht. Wir versetzen mal weiter Schiffe in die Reserve. Ähm, Rolle in Bereitschaft, auf mehr, begrenzt, begrenzt und die Heidelberg, die München. Wie viel sparen wir da eigentlich an Geld? Sieht man das irgendwo? Seekontrolle auf dem Meer. Wir kriegen jetzt noch einen Arsch voll Zerstörer dazu. Ja, Finanzen. Na, das nützt ja nichts. Also ich kann jetzt nicht hier unser Marinefond hier weiter absinken lassen, ne? Machen das mal so und dann nächste Runde. Wir gucken mal, wie es nächste Runde aussieht. Da müssen wir jetzt eine gute Balance, ähm, für den Frieden finden und müssen mal gucken, dass das Budget irgendwie erhöht wird. Wir können natürlich den Marinefond weiter durch den Export von Kriegsschiffen also erhöhen. Ubo Torpedos. Ne? Aber wir müssen auch erstmal unsere eigenen Schiffe hier fertig bauen, bevor wir hier die Werften weiter... Okay, also jetzt wird hier auch noch Krieg geführt. Alles nicht so schön. Und hier haben wir drei leichte Kreuzer. Ohne Scheiß, Leute halt, ja. Also ich hab da einfach so einen Schüttelreflex, ja. Wo ich einfach zu den Entwicklern, was... Weißt du, ich würd gern an den Arbeitsplatz den Typ am Kragen hochnehmen und so lange schütteln, bis der mir verdammt nochmal erklärt, wieso der eine Tooltip jetzt den anderen verdeckt. Ja, also... Also ich muss hier... Muss hier in das Seegebiet. Und ich kann aber nicht parallel dazu mir die Infos hier angucken, ja. Und sagen, okay, wir haben hier Kräfte. So und so sieht's aus. Welchen Teil stellen die denn, ja? Dann muss ich immer hier hin und her. Und jedes Mal poppt dann so ein Ding auf oder auch nicht. Oder wie? Also hier nicht, aber da schon. Ja, hier nicht, da schon. Ey, sorry, ey. Ihr habt doch gepatcht. Ey, was ist denn los mit euch? Also, ehrlich. Sätzen sechs. Das ist... Es ist keine Raketenwissenschaft, halt, ja. Ihr müsst jetzt nicht irgendeine krasse Physik-Simulation, irgendeine krasse KI oder... Ey, ihr müsst einfach nur ein Tooltip neben das andere setzen. Sorry, das ist mir einfach unbegreiflich. Es geht mir nicht in den Kopf. Ja, wie man, wie man ein Potenzial von einem Spiel, was, was... Und da sind wir jetzt mal alle ehrlich, ja? Was so viel Wünsche, Träume und Hoffnung in uns weckt. Ich wette mit dir, jeder, der dieses Spiel spielt, halt, ja, sitzt doch da und denkt so, oh, das ist... Das wird das Game, was ich mir schon immer gewünscht habe, oder? Also, wie vielen geht's denn so? Bitte mal in die Kommentare, ja? Also, seit Burning Steel halt, ja, ist das... Burning Steel, war das auch Microprose? Nee, das war SSI, ne? Und da ist das Spiel hier, Ultimate Admiral Dreadnoughts, das ist das erste Mal seit über 20 Jahren oder seit 20 Jahren, kann man, glaube ich, sagen, wo ein Spiel sich anschickt, Nachfolger von Burning Steel zu werden. Annäherungsweise, ja? Und dann verkorkst man das mit diesen lieblos dahingerotzten, also auch dieses Fenster, was jetzt hier aufgeht, das ist doch nicht schön. Und das geht doch besser, ja, als so eine komische Schrift wie aus dem Internetbrowser mit so einem schwarzen Ding und so einem weißen Rahmen. Oder hier sowas, das sieht aus wie eine Fehlermeldung. Oder geht nur mir das so? Also bin ich da einfach zu empfindlich. Das sieht doch aus wie eine, das müsste nur noch so eine DOS-Schrift hier sein, ja, mit so Backslash und C-Doppelpunkt irgendwas, Fatal Error. So sieht das aus. Macht das doch in Papier. Da habe ich ja letzte Folge schon gesagt, ja. Aber ich gucke da permanent gegen an und so, ja, Brasilien, nein, danke. Was, die ist dann schlecht gelaunt und das versaut hier Brasilien jetzt das Geschäft. Das ärgert mich halt so, ja. Und wenn das ganze Spiel scheiße wäre, da wäre es mir doch egal. Dann wäre es mir doch egal. Ja, da würde ich doch hingehen und sagen, ja, ist halt ein Kackspiel, ist doch mir wurscht. Ja, ich spiele einfach was anderes. Ach, scheiße, Mark 2, jetzt hier 38 Zentimeter. Aber da können wir vielleicht unsere Tannenberg, was hat die 35 Zentimeter, ne? Könnte man vielleicht die Tannenberg aufrüsten. Mark 4, 5 Zoll, das ist doch schon mal sehr schön. Ah, ich habe die Befürchtung, wir sind da noch eine ganze Ecke von entfernt, dass wir hier die, aber wir haben ja auch erst 1921, dass wir hier die Waffen für Scharnhorst und Gneisenau dann schon kriegen. Ich denke mal, dass wir vorher unsere Kreuzerwaffe hier erst mal modernisieren würden. Nein. Aber das ist das, warum ich mich hier so aufrege. Und sorry, das müsst ihr mir dann auch zugestehen, weil das Spiel an so viele Sachen richtig macht, an so vielen Stellen so geil ist und so viel Potenzial hat. Und man verschenkt es einfach, weil man irgendwo einen Menschen sitzen hat, der einfach nur ein Interface designen soll und der macht den schlechtesten Job in der ganzen Firma. Da muss man doch als, wie heißt sowas, Projektmanager oder Leaddesigner oder was auch immer sagen, hier, komm mal her, tu mir mal einen Gefallen, du kopierst jetzt einfach ein bisschen für uns und kochst mir mal einen Kaffee, holst mal ein paar Donuts und Bagels. Das Interface, das macht jemand anders. Oder? Also echt, also sorry. Man muss nicht gleich feuern, aber man muss ganz klar mal sagen, das Interface-Design und, sind wir mal ganz ehrlich, um ein Interface so zu designen, das keinen Brechreiz auslöst oder einen epileptischen Anfall beim Kunden, da muss man jetzt auch kein Michel D'Angelo sein oder so. Sondern man muss einfach nur in der Lage sein, das eine andere Ästhetik zu verleihen, als eine, als die, wie heißt die Konsole bei Windows, oder? Konsolenbefehle, ist das da, oder? Slash Console irgendwas oder so. Da geht auch so ein schwarzes Fenster auf und dann hat man eben die Konsole, wo man dann so ein bisschen tiefer im Windows rumschmökern kann oder eben eine Fehlermeldung oder irgendwie so. Oder wenn du so ein Virus installierst, geht da auch so ein schwarzes Fenster mal auf und zeigt dir an, welche Laufwerke jetzt gerade gelöscht werden. Ja, also. Wenn ich mal ein bisschen größer bin als Influencer, YouTuber, whatever halt, ja, und auch mal die Größe eines, ich weiß es nicht, und vielleicht einfach mal zu einem Entwickler eingeladen wird, da könnt ihr Gift drauf nehmen. Ich weiß, das wird nie passieren, der Basti wird immer so ein kleiner Kanal bleiben. Aber da könnt ihr Gift drauf nehmen, dass das die einzige Frage sein wird, bei so einem Spiel, was ich dem Entwickler oder dem PR-Menschen oder wer auch immer dann dafür verantwortlich ist, die Frage werde, jetzt guckt dir das mal an und ich gebe dir ein Bier aus, ja. Wenn du mir jetzt sagen kannst, dass das, ja gut, will ich gar nicht sagen, ja, dass das nicht einfach ein Epic-Fail ist, was euer Interface-Designer da gerade abliefert, in ja so vielerlei Hinsicht, ja. Es sieht ja nicht nur einfach nach einem Fehler aus, ja. Es ist ja auch einfach gar nicht informativ, ja. Ihr schafft es, ja. Sehr, ihr seht, was hier redet sich gerade in der Arsch, aber sorry, das macht mir einfach auch gerade ... Es ist ein bisschen Geigenhumor, was ich jetzt hier an den Tag legen muss, weil sonst mache ich das Spiel aus und das Let's Play ist gelaufen. Deswegen müsst ihr das jetzt einfach vertragen. Es ist ja einfach auch noch nicht mal informativ. Zack. Ja. Also Tooltip frisst Tooltip. Herrlich. So, wir haben, ja, auch hier, ja. Sortiert es doch bitte einfach mal vernünftig. 15 Zoll Mark II. Also, ja gut, das ist hier nach Zoll, nicht nach Datum oder nach technischem Stand, sondern nach Zoll sortiert. Kann man jetzt auch drüber streiten. Gut, wenn man es weiß, dann findet man es. Aber es ist halt kontraintuitiv sozusagen. Das ist so, ich kann mich erinnern, als ich mein erstes Samsung-Handy hatte, das müsste so Anfang der Nullerjahre gewesen sein, 2001, schieß mich tot, war so ein Club-Handy mit so Leuchtelämpchen irgendwie. Und es war, da war Samsung relativ neu am europäischen Markt. Und man kann jetzt nicht sagen, dass die, ich glaube, Korea ist das. Man kann jetzt ja nicht einfach behaupten, Koreaner sind dumm oder so. Das ist ja nicht der Fall. Sondern die sind einfach aus einem anderen Kulturkreis und sind einfach andere Interfaces gewöhnt oder andere Benutzeroberflächen und eben auch andere Menüführungen in Telefonen. Ja, also wo der Koreaner sein Samsung aufklappt und sagt, Mensch, das ist ja mal intuitiv. Ja, habe ich halt da gesetzt, das so. Hä? Und wo finde ich das jetzt? Ach, da. Okay, warum? Verstehe ich nicht. So, wir haben eine neue Technologie. Kesselwirkungsgrad. Ja, 5%. Ja, das war das. Okay. Nein, wir verkaufen keine Schiffe mehr. Obwohl, doch, wir bauen auch gerade keine Schiffe mehr. Boah, krass. Wir haben jetzt aber hier richtig Kohle gekriegt. So, Leute, warte mal. Jetzt müssen wir mal bei dem ganzen Gossip, was ich hier raushau, da können wir das jetzt mal wieder hochballern und hier mal wieder zumindest auf 0,2% gehen. Und da sind wir nämlich trotzdem im Plus. Und da können wir jetzt auch wieder Schiffe verkaufen. Weil das bringt ja wirklich unglaublich viel Kohle. Ja, und so war das dann, ne? Mit diesen, also, es war per se nicht falsch. Es war in unserem Kulturkreis einfach nicht angebracht, weil der Europäer es anders gewohnt ist. Und so gibt es auch manchmal Spielehersteller, die, ich weiß nicht, wer von euch Konsolenspieler ist. Bleiben wir jetzt da drauf? Oder sollen wir hier mal? Ja, sowas ist natürlich auch immer wichtig, ne? Ich führe das gleich weiter aus. Jetzt denkt er so, nein, bitte nicht. Ui-Jagd. Ja, das ist natürlich schon auch ziemlich wichtig, ne? Dann nehme ich, dann ziehe ich das hier bei den kleinen Waffen zumindest mal ab. Und, also, das haben wir jetzt sowieso. Marinekommunikation ist natürlich schon auch nicht so schlecht. Aber es ist nicht so spektakulär. Schiffsmängel, das ist schon auch ziemlich geil. Und dann haben wir das nämlich in drei Monaten. Ja, also machen wir das mal. Ich weiß nicht, wer von euch Konsolenspieler ist. Aber es gibt ein, wie soll ich sagen, so eine unausgesprochene Vereinbarung, dass im Menü zum Beispiel, also nehmen wir jetzt mal den Xbox-Controller, im Menü weiterzudrücken ist A und im Menü zurückzugehen ist B oder abzubrechen, ja? Wäre dann B. Bei der Playstation wäre das was? Das wäre Kreis zurück und ist das X, oder? X, um weiterzukommen, ne? Also, ja. Und dann gibt es aber so immer mal wieder so Spielehersteller, die machen das einfach anders. Ja, das machen wir jetzt mal. Ne, Tannenberg aber nicht. Es gibt halt so brutal viel Geld, ne? Es gibt halt so hart viel Geld. Brasilien. Wir Der Angriff gegen Slowakei hat den folgenden Ländern große Empörung ausgelöst. Ich verschaffe mir jetzt mal einen Überblick. Mir fehlt hier ein bisschen die Diplomatie-Karte auch. Also, wisst ihr, dass ich jetzt mal gucken kann, welch, ach, okay. Ja, aber die Tannenberg ist mir eine Nummer zu krass. Die soll wirklich einzigartig auf der Welt sein. Es gab auch keine zweite Hood oder so, ne? Also, ähm, aber natürlich können wir die Brasilianer einfach mal ein bisschen verstärken, dass die hier auch den USA und so ein bisschen auf den Sack gehen können. Ne, und dann gibt es dann immer mal wieder so so Spielehersteller, die es anders machen, wo dann A, also Xbox gesprochen A, oder Playstation X, ähm, da der Abbruch sind. Und bei sowas werde ich irre, ne? Weil man ja in seinem Fluss so ist. Und wisst ihr, was ich meine? Ne? Und so ist doch auch, um jetzt den Bogen mal zu Ende zu spannen, so ist es auch mit dieser Sortierung nach, nach Kalibern bei der Forschung. Also, ich hätte das nach, ähm, nach der Reihenfolge, wie ich das erforsche, einfach, dass ich sehe, was ich für einen Progress da habe, ne? Ja, und wenn ihr euch denkt so, oh, Basti, halt doch mal den Sabbel, ey, was laberst du denn hier? Das habt ihr auch jetzt im Spielzeug, wo ich sage, diese Ladezeiten. Ich muss die ja irgendwie füllen. Jetzt trinke ich mal einen Schuh Kaffee. Und da muss man halt so ein bisschen dies, das so reden. Naja, ein bisschen Geigenhumor muss einfach sein, sonst, sonst, ähm, das ist sonst, es tut mir einfach sonst in der Seele so dolle weh. 15 Prozent Schiffsmängel, minus 15 Prozent, ist richtig cool. Untersee, U-Boot, der SC-Klasse, mit vier Bugtorpedo, drei Hektopedon, mit den Dieselmotoren, mit den Elektromotoren, okay. Bisschen schade. Also, warum nicht auch ein U-Boot-Designer, ja? Äh, ich kann verstehen, aus, ähm, spielmechanischer Sicht, dass, dass wir die in den Taktik-Gefechten nicht spielen. Obwohl eigentlich, warum eigentlich nicht? Konvoi-Kämpfe hier, vielleicht konnte das ja noch, ja? Also, das wäre jetzt auch nicht so eine Raketenwissenschaft, ja? Also, U-Jagd und, äh, Konvoi-Angriffe, warum nicht? Oder? Also, Manöverkrieg. Aber, in den Schiffsdesigner hätte ich die auf jeden Fall mit reingenommen, weil ich habe so keinen Bezug zu, zu, ähm, den Schiffen. Nee, Thunberg, no way, Leute. Koloniale Eroberung. Der Anführer von Polen wurde dabei erwischt, bewaffnete Terroristen zu unterstützen, die die regionale Handelszwerke von Deutschland stören und die Spannungen zwischen den beiden Ländern erhöhen. Die Regierung von Deutschland beschloss, eine schnelle Militärübersetzung zu starten, um Westpolen zu besetzen. Jo. Ja, okay. Die hat die Regierung zu ersetzen und die Regierung eine Taskforce von mindestens 400, boah, kriegen wir denn überhaupt so viel Turnage zusammen? so viel kriegen wir überhaupt nicht zusammen. Oder? Also, ich weiß das nicht mehr genau, die haben 40.000, 120.000, äh, Tatsache, 405.000, 790, Gesamtonnage, äh, nein. Was? Bäh. Was ist das? Also, liebe Regierung, ähm, ich weiß nicht, ne, also, was ist denn mit euch los? Also, warum führt ihr denn jetzt Krieg gegen Polen? Was soll das denn? Wer ist denn hier mit Polen verbündet? Niemand? Ja. Äh, Wissenschaft, Rumpfbau, wir gehen hier mal weiter auf Kreuzer Design, wir bleiben hier auf große Waffen, also das lassen wir permanent aktiv, und Entfernungsmesser ist, naja, okay, das ist dann für unsere Kreuzer Waffe relevant, der nächste wird dann sein, wieder stereoskopisch, Tier 5, dann würde ich fast, den kann man auch easy noch nachrüsten, den Entfernungsmesser, aber den Kruppstahl würde ich jetzt hier mal priorisieren, wir spielen dieser Folge bis Januar und gehen dann aber gleich nochmal in die Forschung rein und gucken mal, ob wir eventuell schon hier eine neue Zerstörer-Generation entwerfen, um Minenlege Kapazität hier zu schaffen, also Minenjagd beziehungsweise Minenräumen und Minenlegen eben, aber also wir haben tatsächlich U-Boote, die Minen legen können, wo ich auch gar nicht weiß, welche U-Boote das sind, fällt mir jetzt gerade mal ein, Emden-Klasse, ja, sehen wir das denn hier, U-Boote, da, also das ist auch nicht cool gemacht, einfach, ja, weil, also ich sehe hier an den U- da, ach doch, hier, ah ja, okay, ist SC, warte mal, wir bauen mal, Cruiser, Submarine, was auch immer ein Cruiser, Submarine ist, Ocean-Going-Submarine, also das ist Müll, ja, das, das Gesamt, diese gesamte U-Boote, äh, Kiste hier, das ist, das ist einfach Müll, Minelang, ich vermute mal SM ist das, also, wisst ihr, ich kann jetzt ja gar nicht sehen, Coastal Submarine, ist SC Coastal, ist SSC Coastal, oder ist SC Cruiser, oder, what, SC Class, ah ja, da steht es ja, ich unter SC Class, Coastal, ist SSC, Minelayer SM, wie ich dachte, also das muss man sich jetzt auch wieder, mühselig aus den Fehlermeldungen dieses Spiels, hier zusammen, klar, boostern, während hier auch wieder Tooltip, Tooltip frisst, ähm, ne, auch hier wieder, da werden dann die, die, die einzigen, Bedienelemente, die ich hier habe, werden hier verdeckt vom Tooltip, und wenn ich jetzt hier draufgehe, klar, ich muss halt auswendig lernen, SM ist Pipapo, ja, aber ich sehe jetzt hier nicht gleich, äh, das ist ein Minelayer, ja, das sehe ich hier nicht, gut, ne, also ich weiß es jetzt, und kann damit arbeiten, schauen wir jetzt mal, ja, wir gehen jetzt mal hier auf Feld, wir haben jetzt hier U6, ähm, vor der Küste, Englands, ja, mal SC, also, ne, ähm, geh mal schließen, na gut, ich kann da so draufgehen, ja, aber mach doch auch ein anderes Symbol, ja, also, oder eine andere Farbe, oder ein anderes irgendwas, ja, und warum ist es eigentlich, äh, ein deutsches, äh, U-Boot, ähm, des Kalten Krieges hier, ja, und das ist ja auch ein modernes, äh, Kriegsschiff hier, also das ist, die Symboliken verstehe ich auch nicht so ganz gut, aber, das ist jetzt, nicht so das Problem, aber auch hier haben wir wieder, jetzt wollen wir mal, U-Boote bewegen, ja, ähm, wir wollen mal einen Mineläger hier, in die Themsemündung, die Themsemündung wollen wir verminen, ja, und da muss ich mich dann jetzt hier so, so durch, ähm, äh, wursteln, und ich, also als Epileptiker ist das, ist das gefährlich, was ich jetzt hier mache, ne, also es kann sein, dass ich hier durch dieses ganze Aufblitzen dann zappelnd hier unterm Tisch liege, Entschuldigung, falls jetzt hier jemand Epileptiker ist, ich wollte euch nicht zu nahe treten, ja, aber ich, so einen Charakter hat das einfach für mich, ja, weil das so hektisch dann einfach wird. Ja, also, ähm, auch das, dreimal nein, ja, ja, auch hier würde ich sagen, ähm, ich würde, als Abteilungsleiter nochmal, ich muss es nochmal wiederholen, um einfach ein bisschen Dampfverlager zu sagen, ich würde, würde da hingehen und sagen, steh mal auf, du erklärst mir jetzt innerhalb von zehn Sekunden, was du dir dabei gedacht hast, und wenn du dazu nicht in der Lage bist, kriegst, kriegst du halt einfach, jetzt haben wir eine Auferge von mir halt, ja, und dann hast du nochmal zehn Sekunden Zeit halt, mir das zu erklären, und dann bist du auch entlassen weiter, wenn du da nicht irgendwie eine sinnvolle Erklärung für hast. Wie, wie lang, also das Spiel ist, zweiter, 20, 21 released worden, das war davor, ewig lang in der Alpha gewesen. Was zur Hölle machst du an diesem Arbeitsplatz, während du hier diese Tooltips designst? Was machst du da? Irgendwie, weiß ich nicht, gehst du nur ständig eine rauchen und isst heimlich Big Macs unterm Tisch, oder was ist da los? Oder? Achso, nee, wir wollten erstmal, da kriege ich, da kriege ich ja, da werde ich ja ganz, ganz feucht im Schritt, wenn ich diesen Rumpf sehe. Ah ja, wir können auch mal gucken eben, ob wir die Werften weiter ausbauen müssen. Sind wir eigentlich noch im Dezember oder im Januar? Also wenn ich jetzt hier im Januar rumpfusche, wir spielen immer bis Dezember Punktum, und ich glaube, ja, wir sind im Dezember, wir gucken mal, Finanzen, ja, noch nicht ganz gebaut. Schiffsdesign würde ich, glaube ich, noch nicht diese Folge machen, das machen wir dann Anfang, wir haben nämlich hier jetzt auch die, ja, zwölf Zentimeter, dann würde ich fast gerne einen neuen Rumpf hier haben. Das wäre die Tonnage, ist aber nicht zwingend notwendig. Aber das würde ich ganz gerne noch haben. Motoren schaffen wir hier nicht mehr, bevor wir vierfach große Türme, also also in vier, vier links Lafetten oder was, vierfach geschützte 9 Zoll oder größer. Das ist schon, ja, fand in der deutschen Schiffsbau, beim deutschen Schiffsbau keine Anwendung, gab es aber bei den Briten, ich glaube auch bei den Franzosen, ich glaube die Dönkirch, Dönkirch, wird das so gesprochen? Die Dönkirchen auf Deutsch. Dönkirch-Klasse hatte vier links Lafetten zweimal, glaube ich, vorne am Bug, dafür acht dann keine Türme und die, es ist die Rodney, bei der Royal Navy. Frage ist, wie lange dauert das noch? Also ich glaube, wir bauen dann nächste Folge hier einen Mien-Sucher mit 2400 Tonnen, ordentlicher Artillerie und auch gute Fahrt, da können wir ja, da können wir ja die Z1 als Vorlage nutzen und, oder sollen wir das, wir gucken einfach mal hier eben mal rein. Aber das wäre dann, das ist dann blöd, falls wir die mal modernisieren wollen, wenn ich das dann abspeichere. Ne, wir entwerfen das Ding neu, aber natürlich auf Basis. Wir haben hier, ja genau, aber da können wir nämlich größere Artillerie drauf machen und dafür die Torpedowerfer weg, da spart man dann 160 Tonnen, genau, ja, nee, also da, wir werden die irgendwann mal modernisieren hier, warte mal, wir haben ja Mark IV, haben wir da nicht sogar schon Mark V? Ne. Ne, ne, das sind die neuesten, also die, die Mark IV. Okay, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, ich habe mich hier nicht, aber ich, sorry, das muss raus, ja, das muss raus, sonst frät sich das in mich hinein und dann habe ich irgendwann keinen Bock mehr, mich hier an dieses Let's Play zu setzen, ist einfach so, also deswegen, also wer dieses Let's Play hier auf dem Kanal guckt, der wird damit leben müssen, dass der Basti sich immer mal wieder aufregt über diesen Scheiß hier. Also, ich bin der Basti und ich bin hier raus. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020